So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, give auf trotz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstun TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Oh, oh! Das T-Shot sieht ziemlich gut aus. Der T-Shot sieht ziemlich gut aus. Der T-Shot sieht ziemlich gut aus. Hier geht's sowieso nicht rein? Ein hoch, meine ich hoch, bin nicht so hoch. Oh! Die Runde spielen noch fertig, denn die Rückrunde muss ich später machen. Die Runde spielen noch nicht. aufgeschlichen 33 meter Schätzt, so geschätzt Was ist der denn, ich sehe den nicht Ich sehe den noch nicht, ich habe den nicht gesehen Ich habe das schon mehr so richtig mindestens ein boogie gesehen Ich dachte der rollt dann zu weit weg, weil ich mehr Kraft gegeben hatte Also muss man doch immer selber auch mal nachbessern Das voreingestellte Was ist der denn für die 3 Schmerzen, wir werden da Die 3 Schmerzen, die 3 2 5. Dann bleiben wir in die 3 Schmerzen Und dann bleiben wir, er kommt die 3 Schmerzen Ich bin jetzt auf der Kanzel haben noch chance auf dem bugi haben wir immer zeigt sie doch die momen zeigt den ball was habe ich ihn jetzt hier sehen wozu machen die das schon habe ich das unsere eingestellt oder einstellen manche schläge sind ehrlich gesagt erst mal interessanter für mich das hat man ja vorhin schon meine ja vorhin war ja zweimal einmal einmal so war so schuldig noch kraft darf von von vorgegebenen her und dann habe ich auch noch nur den anfang von dem weißen berührt gehabt so dass er dann vom loch verkackt hat das hat wunderschönes ach das sind menschen ich dachte da steht eine hecke so weit unterschießen da dass die menschen nicht verletzt werden wenn sie uns schon sehen wollen da kommen auf volle pulle ist das schon und das ist wieder aus trickst mir bunker ach man zwei sekunden vorher überlegen holstein dumme nuss habe ich mir gegeben so reicht ich finde das täuscht die anzeige von tatsächlichen aufschlachtpunkt mit doch gut das ist schon das letzte ist schon das letzte ok dann muss ich erstmal was essen gehen so kraft haben wir diesmal genug das war zu viel so wie sagt die runde erstmal rückrunde machen wir etwas später dann jedenfalls in der in der in der in der in die wies und steigen herklappt sie mit den beiden gleichen video sind oder nicht die bürger kreikauf die kreikauf die kreikauf die kreikauf wohl die städte kreikauf vier hat er und er hat auch noch auch noch auch noch auch noch minus mit überdreht hat Oh, Geld. Aha. 25. Ah, nee. 25. Hi, I'm Luke Elvey. Ich bin großartig, dass Ihr company hier ist. Rich, wir sind jetzt in der finalen Runde. Was ist unser Spiel? Was ist unser Spiel? Jetzt ist er nicht die勝re, aber eine gute finalen Runde hier könnte ihn in der Wunderzirkel sehen. Ja, herzlich willkommen bei der Rückrunde gegen Justin Thomas. Ihr seht, Minus 2 haben wir rausgeholt aus der Hinrunde. Und nun muss ich wahrscheinlich erstmal wieder, mal sehen. Ja, klar. Natürlich wieder den Controller aktivieren. So, und dann schauen wir mal. Wir haben also jetzt starken Seitenwind. Und ich versuche das Beste draus zu machen. Und wir sehen, was er hier heute hier kann. Schön, Herr. Aus rund 160 Yard. Wind, die Golfball links bis rechts. All right. Okay, 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 okay. Ja, Justin hat der ja Vorsprung. Ich hoffe, dass wir aufholen und überholen können. 20, 20 ist, halt, falsche, da, so. Oh, good drive, that one should find the fairway. Ach, Ricky Fowler, den hatten wir doch schon mal als Gegner, ne? Den hatten wir auch schon mal. Oh, so ne Ding war so eklig, die sind eklig, das kostet Nerven. Ich bin zwischendurch verhungern. Ich bin zwischendurch verhungern. Oh, that's a great shot. It sets up a wonderful birdie look here at the second. Of all the shots that I like the most, that one ranks right up there. An opportunity for a birdie here. Kraft reicht auf jeden Fall. Das sieht gut aus. That's a good one. Das ist ein Back-to-Back-Birdies. Ich liebe es, zwei in a row.